Meine Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Age of Empires Strategy Pattern und dabei geht es darum, dass man hier einen Algorithmus einfach auslagern kann. Das bedeutet, man hat am Ende die Möglichkeit zur Laufzeit zu wählen, welchen Algorithmus man gerne verwenden möchte und das ist eine ziemlich coole Sache. Hier fällt mir am besten auch wieder was außerhalb des Spielbereichs, wobei es da natürlich auch im Computerspielebereich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, so ein Strategy Pattern einzusetzen, aber es ist einfach sehr anschaulich, sich das Ganze anhand eines Suchalgorithmus vorzustellen. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie ein Programm, das etwas sortieren muss und der User kann einschalten, ob er das Ganze jetzt mit einem Quick Sort oder mit einem Merge Sort oder sowas sortiert haben möchte. Das sind einfach zwei Algorithmen zum Sortieren von Daten. Es kann auch was völlig anderes sein, das ist wieder mal nur eins meiner Beispiele. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Das hier, diese Operation hier, das ist der Sortieralgorithmus an sich und der wiederum ist dazu da, um eben die ganzen Daten zu verwalten, alles zu sortieren und so weiter und so fort. Das heißt, der macht relativ viel, aber man möchte vielleicht die eigentliche Sortieraufgabe auslagern, damit man eben hier einmal den Merge Sort als Algorithmus hat und einmal den Quicksort zum Beispiel als Algorithmus hat. Klar, die Daten müssen irgendwie trotzdem noch verwaltet werden und deswegen hat man hier einfach im Client die ganze Verwaltung und in Operation kann man natürlich vor dem Aufruf des Algorithmuses und nach dem Aufruf kann man natürlich auch noch irgendwelche Sachen machen. Aber man gibt einfach dem Client zur Laufzeit ein Strategy, ein Element des Interfaces Strategy mit und das wiederum zwingt die unter oder die erbende Klasse einfach diesen Algorithmus hier zu implementieren. So, und jetzt kann der Client zur Laufzeit entscheiden oder je nachdem wer auch immer den Client initialisiert, kann das auch zur Laufzeit machen, kann entscheiden, ob er jetzt Algo 1 als Instanz für den Client von Strategy benutzt, das heißt, ob jetzt hier diese Algorithm-Funktion aufgerufen wird oder ob die hier aufgerufen wird, je nachdem, ob man eben diese Subclass Algo 1 oder Subclass Algo 2 hier dem Client mitliefert. Das heißt, man kann das ganze Ding einfach zur Laufzeit entscheiden, sprich, man kann auch zur Laufzeit entscheiden, ob hier ein New Quick Sort oder ein New Merge Sort mitgeliefert wird und der Client darauf seine Operation basiert. Das ist dem Client völlig egal, weil der braucht nur die Algorithm-Funktion, alles andere ist für ihn völlig egal, aber, ja, die sind ja beide mit dieser Funktion ausgestattet, also kann er einfach das wählen, was von außen vorgegeben wird. Und das, ja, macht sozusagen möglich, dass man einfach zur Laufzeit einen anderen Algorithmus auch auswählen kann. Natürlich muss das nicht zur Laufzeit sein, sondern stellt euch auch mal vor, man hat wieder mal seine Laufanimation, auch wieder jetzt im Computerspiele-Bereich, das heißt, das Beispiel hatten wir eigentlich schon 100 Mal, glaube ich, gefühlt, aber egal, wir haben wieder mal ein Spiel geschrieben und unsere Laufanimation ist furchtbar schlecht und unsere normale Laufanimation ist aber schnell geschrieben gewesen. Das heißt, wir haben eine erste Beta-Version draußen, jetzt wollen wir eine neue Laufanimation, die vielleicht noch ein bisschen buggy ist, verteilen sozusagen und, ja, deswegen schreiben wir uns hier eine neue Unterklasse mit der neuen Laufanimation und können dann einfach in der Beta-Version, das heißt, die Leute, die gerade die neue Version testen wollen, können wir die neue Laufanimation geben und die können uns dann sagen, wann genau alles abstürzt, während für die kaufenden oder für die zahlenden Kunden haben wir die hässliche Laufanimation, die aber dafür sehr stabil läuft, zum Beispiel, nur ein weiteres Beispiel. Okay, und deswegen seht ihr, das Strategy-Pattern ist wirklich ein sehr berühmtes und auch sehr cooles Pattern eigentlich, weil euch das ganze Ding auch gleichzeitig die Möglichkeit gibt, natürlich sehr, sehr gut Sachen auszulagern und zu entkoppeln. Und ja, das ist eigentlich immer das, was man irgendwie haben möchte und ja, deswegen war es das jetzt auch von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr habt so grob verstanden, um was es geht und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!